Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Teamgeist und es geht diesmal um das Thema Karte für Jugendliche, gerne auch für männliche Jugendliche, für Teenies, ja einfach für Jugendliche oder vielleicht jüngere, jüngere Kids oder ältere Kids, sagen wir es so. Genau und ich habe heute wirklich ganz, ganz viele Karten. Für euch gibt es ganz viele Karten. Das ist ein Karton und es kommt gleich noch einer. Also wirklich viele Inspirationen zu einem echt spannenden Thema, finde ich. Das ist ja gar nicht so einfach. Und starten möchte ich mit der ersten Karte von der lieben Petra. Und lustig ist, ich habe gerade den Teamgeist für die Männerkarten abgedreht, verlinke ich euch mal hier oben. Und da war auch die Petra die erste Karte. Das war jetzt super. Und die erste Karte ist gleich mit total süßen Hippos. Und weil es so viele sind, versuche ich es jetzt ein bisschen schneller zu machen. Also wundert euch nicht. Aber los gehen tut es eben mit dieser tollen Karte. Und die hat erstmal einen mega coolen Hintergrund. Seht ihr das, wie das schön schimmert hier. Sieht man es ganz gut da oben. Und dann sind hier die kleinen süßen Hippos. Du bist spitze, so ein schöner Rahmen, ein paar Herzchen. Also auf jeden Fall, was für ein Mädel, würde ich sagen. Und diese tolle Ballerina, die kann auch noch auf dem Seil tanzen mit Regenschirm. Das ist so eine süße Idee. So eine Ziehkarte. Und hier unten eben diese Wimpel hingemacht. Das ist total süß, dass die dann hier oben so drüber schlittern kann. Und der Vererder mit Blümchen auf sie wartet. Das ist eine total süße Karte. Total schöne Farben und mal mit der Slider-Funktion einfach total schön. Oder hier innen auch noch mal so ein süßes kleines Hippos reingemacht. Total schön koloriert auch, finde ich. So, nicht nur grau, sondern eben auch so, man würde sagen, ein ganz helles Blütenrosa müsste das sein. Innen drin, also echt schön. So cool. Ich halte euch mal die Materialliste rein. Und ich meine, die Stanzen und die Stempel, die sind einfach ein Muss. Oder die sind so schön. Ganz, ganz cool. Vielen, vielen lieben Dank, Petra. So schön. Die nächste Karte ist eine flippige Jugendkarte von Cornel. Also wirklich cool. Und flippig finde ich lustig, weil die auch noch so schön flappen kann. Seht ihr das? Das hat ja so einen Flip-Flap-Mechanismus. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist so schön. Macht so viel Spaß und ist so cool gestaltet. Hier mit dem Hintergrund und den Ballonen. Also echt mal eine ganz andere Karte. Total cool und witzig. Und ich liebe dieses Geräusch. Hört man? Und das hat so Glück gemacht. Da ist es. Und hier hat man noch viel Platz zum Schreiben. Sei frech, wild und wunderbar. Also einfach ein schöner Spruch. Und wie gesagt, dieser Hintergrund ist cool. Weiß nicht genau, wie das gemacht ist. Ob das wirklich einfach nur mit Stiften gemacht ist, wäre mega cool. Oder ob es da einen ähnlichen Stempel irgendwie gibt. Hm. Könnte mit Stiften sein. Finde ich sehr witzig. Mal ganz was anderes und kann man sich voll ausdrucken, glaube ich. Vielen, vielen Dank, Cornel. Richtig mega schöne Idee ist das. Dankeschön. Die nächsten beiden Karten sind von der lieben Franny. Und hier habe ich einmal eine Teenage-Teenager-Karte für Mädels. Machen wir schon das Poste drauf. Und auch noch eine für Jungs. Also voll cool. Ich fange mal mit den Mädels an. Ladies first. So schön mit den Palmen. Wow. Das ist eine coole Karte, oder? Megaschöne Farben. Und mit dieser, mit diesem Emborsten. So schön. Mit den Palmen und ein bisschen so. Pailletten und diese Sprenkel im Hintergrund auf dem Designer-Papier. Total schön. Pünktchen. Ah, finde ich cool. Ist so eine richtig schöne Karte. Hier innen nochmal rosa in den Palmen ist auch mal cool, oder? Rosa in den Palmen. Warum nicht? Kann man auch machen. Sieht gut aus. Cool. Sogar noch ein bisschen nachgeglitzert hat sie da. Genau, das ist das Material, was sie benutzt hat. Wunderschön. Also das ist ein cooles Stempelset. Und das kann man, also sie hat sie zum Geburtstag beschriftet, aber das kann man wirklich zu jedem Anlass machen. Und das ist eine coole Idee für eine Jugendkarte. Hier ist noch so ein kleiner, so ein kleines Hinguckerle, würde ich sagen. Mit dem Celadon-Band. Total schön. Mega schöne Karte. Sehr coole Idee. Und cool. Einfach schön mit Glitzer und genau das richtig vermiedelt. Und jetzt für Jungs. Das ist natürlich, finde ich, extrem schwierig. Teenager-Karte-Jungs. Auch mit den Palmen gemacht. So cool. Ah, sehr coole Idee. Hier hat sie die Stanzen. Benutzt diesen Buchstaben-Mix. Und hat hier, also Birthday, Happy Birthday, einfach so abgekürzt und hier aufgestempelt. Vorher das Papier embossed. In weiß mit den Palmen. Also der Hintergrund, das ist schon Designer-Papier. Schwarz hinterlegt und dann wirken die Buchstaben richtig cool. Und da ist einfach für einen jungen Teenager-Mann nicht zu viel. Kein Glitzy und trotzdem eine mega coole Karte. Also wirklich toll. Und finde ich also mega cool. Coole Idee. Hier seht ihr die Materialien und innen noch eine schwarze Palme. Tolle Farben. Müsste Jahre sein, oder? Bermuda-Blau ist es. Sehr cool. Und ja, einfach cool. Coole Idee und ganz was anderes. Hier noch das Logo von der Franny. Und einfach total cool. Das ist auch ein bisschen nach oben gestellt. Die Buchstaben, also diese Zwischenteile, die ausgestanzt sind. Und natürlich auch diese Rückseite, dass sich das noch ein bisschen abhebt. Ich glaube, man sieht es jetzt schlecht in der Kamera, aber es wirkt dann natürlich noch cooler, wenn man es dann vor sich hat. Superschöne Idee. Vielen, vielen Dank, Franny. Total cool. Mega gute Idee. So schön. Die nächste Idee ist auch wieder eine sehr coole Idee von der lieben Beate. Und es ist auch ganz Besonderes. Ich packe es mal aus. Ich zeige es euch mal so. Also, sie hat mir auch dazu einiges geschrieben. Und zwar ist das Ganze eine Short in Just Look, so wie es die Jugendlichen gerne mögen. Und sie hat da ganz viele verschiedene Sachen eingearbeitet. Also natürlich, was man alles dabei haben muss. Handy und Sonnebrille. Total witzig. Und richtig mühevoll gestaltet. Auch mit dieser Folie, wie es eben jetzt einfach die Leute haben natürlich. Cool. Dann hier mit so einem Gürtel. Und Happy Birthday ist drauf im Boss. Und mit ein bisschen Glitzerband. Richtig so eine Tasche aufgesetzt. Seht ihr das? Also da steckt richtig viel Arbeit drin. In dieser Karte. Auf der Rückseite schön, dass es dich gibt. Und wenn man es dann aufmacht, hat man hier auch noch richtig viel Platz. Einmal für Grüße. Genieße an deinem Tag, dass sie es hier lieben. Wenn es mal nicht läuft, steigst du da drauf. Hattest du auch ein bisschen was eingepackt. So süß. Und dann hier bleibst du cool, wie du bist. Und dann hier unten noch so Wellen und kleiner Wunscherfüller und ein Tag. Also total schön gestaltet. Richtig viel Arbeit in dieser Karte. Und eine richtig geniale Idee. Mal was ganz, ganz anderes dazu. Auch selber gestaltet. Ein Briefkuvert, weil da gibt es natürlich nicht unbedingt genau das passende Kuvert. Also total witzig. Und ich traue es mich jetzt nicht rausziehen. Ich glaube, es ist auch festgemacht. Also es gehört schon so, dass es da drin stecken bleibt. Und wirklich witzig. Oder mit den ganzen Symbolen. Seht ihr. Also da steckt so viel Mühe und Liebe zum Detail drin in dieser Karte. Total cool. Sonnenbrille auch. Witzige Idee. Ich halte euch mal die Materialliste so rein, was da so alles drin steckt. Und also wirklich. Und Handy und Sonnenbrille habe ich. Das hat sie sich aus dem Internet Vorlagen ausgedrückt. Und dann nachgeschnitten. Cool. Echt eine gute Idee. Und also wirklich auch hier beim Handy zum Beispiel. dieses kleine Silberelement und der Hintergrund. Also da steckt so viel harte Arbeit in der Karte. Das ist wirklich cool, dass du uns diese Karte schickst, Beate. Weil das natürlich. Oft macht man sowas ja für jemanden, den man kennt. Dann steckt man da total viel Energie und Zeit rein. Und das ist natürlich toll, dass du uns die Karte zum Spenden schickst. So schön. Vielen, vielen Dank, Beate. Wirklich ganz viel Liebe zum Detail. Und ganz was anderes mal hier. Cool. Witzig, oder? Also ihr habt echt so coole Ideen. Eine Vorlage für mich ist auch dabei. Zum Machbasteln. Cool. Vielen Dank. Jetzt kommt von der Barbara Post. Das sind auch schöne Karten. auch in zwei verschiedenen Farben. Drei Stück gleich. Also. Einmal hier diese Karte. Müsste ich jetzt guckseln. Weiß ich jetzt gar nicht, dass das wahrscheinlich ein Stempelset ist, oder? Also das müsste gestempelt sein. Das ist, glaube ich, kein Designerpapier, kein fertiges. Schaut so perfekt aus. Sehr cool. Mit passendem Kuvert. Also ich nehme an, es ist gestempelt. Ja, es ist gestempelt. Also perfekt gestempelt. Richtig cool. Also wird erst mal gestempelt. Dann der Hintergrund mit so Punkten hinterlegt. Geprägt. Und dann haben wir hier verschiedene Etiketten übereinander. Hey du, du bist in jedem Punkt genial. Mit einer kleinen Schleife, ein bisschen Glitzer und einem kleinen Miniherz. So süß. Innen eben auch gestempelt. Toll, oder? Coole Farben. Ich zeige euch das jetzt mal, was sie verwendet hat. Und das Ganze gibt es dann nochmal in grün. Ist fast dasselbe. Nur ist hier der Hintergrund ein bisschen anders. Einmal die Materialien. Und hier ist im Hintergrund noch dieser Zweig. Dieses längliche, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber wieder der gleiche Spruch. Und dann auch das ist auch schön. Die Schleife so doppelt hinterlegt. Das sieht auch total cool aus. Ist das hier auch? Das ist ein anderes Band, aber das sieht ja voll edel aus. Wow. Also wirklich wieder total schön. Coole Idee. Und für Jugendliche echt genau das Richtige, finde ich. So schön. Und die dritte Karte, die sie mitgeschickt hat, ist auch toll. Wow. Die ist dann wahrscheinlich schon für ein bisschen älteren Jugendlichen, finde ich. Und vielleicht jemand, der gerne Segeln geht. Der was ganz Besonderes vorhat. Setzt die Segel und nimm Kurs auf deine Träume. Passt für jeden Jugendlichen, oder? Der Spruch ist einfach genial. Der passt super schön dazu. Hier der Hintergrund so schön gestempelt, gestanzt, das Schiff in den Vordergrund gesetzt. Noch hinten das Steuerrad und der Kompass. Also total schön. Das passt so gut, weil das hier mit den Vögeln in diesem Stempelbereich noch ist. Das ist einfach total harmonisch. Und wenn man es dann aufmacht, hier oben den wunderschönen Leuchtturm, viel Glück und Gesundheit. Hier unten noch ein bisschen Gras hingestempelt. Wunderschön. Der ist übrigens auch einmal gestempelt und dann nochmal gestempelt und ausgestanzt und so ein bisschen hinterlegt. Seht ihr das? Bombastisch. Also wunderschöne Karte. Gefällt mir richtig gut. Mit so einem tollen Kuvert. Also das ist einfach so ein schönes Set. Ich liebe dieses Set. Und hier ist nochmal das Material. Schön. Vielen, vielen Dank, Barbara. Total tolle Kartenideen. Jetzt habe ich noch einen ganzen Stapel Karten bekommen von der lieben Nadine. Die hat sich richtig ausgetobt, glaube ich. Ich habe auch noch selber nicht reingeguckselt. Ich freue mich jetzt richtig aufs Auspacken. Und vorher möchte ich euch aber unbedingt noch diese Karte zeigen, weil die ist auch mega schön. Die ist eben für mich mit so ein paar süßen Liebengrüßen. Aber die hat sie auch auf ihrem Kanal, glaube ich. Da müsst ihr unbedingt gucken. Die ist echt total schön gemacht. Diesen tollen Blumenmotiv. Und so eine schöne Karte, oder? Ja, cool. Kann man auch von Ihnen die Glück nehmen, natürlich. Okay, aber jetzt geht es richtig rund. Ja, an das Set habe ich auch sofort gedacht. Also, wir haben hier einmal die coolen Sneakers. Und was hier echt absoluter Hammer ist. Also das finde ich ja mega krass. Boah. Hier die Schnürsenke noch durchgezogen in dieses Stempel. Das ist jetzt reingemacht. Wow. Einmal in Rot und einmal in Blau. Also die Karten sind wirklich auf dem Punkt, würde ich sagen. Genau zum Thema. Perfekt. Im Hintergrund ist der Hintergrund mit der Mauerwerk geprägt. Dann noch mit diesen Sprenkelchen. Das sieht so cool aus. Man könnte sogar sagen, das könnte wie so ein Graffiti sein. Ja, so cool. Und wirklich hier mit dieser Mühe, die Schuhbindel da einzuziehen. Also Hut ab. Boah, das ist bestimmt eine Riesenarbeit. Hochsaust du leben. Heute ist ein Tag mit den Klecksen. Das sieht so richtig warm, bomb. Super cool aus. Vielen Dank, Nadine. So eine coole Idee, Mensch. Genau, hier sieht man die Schuhe mal, wie sie eigentlich sind. Vom Stempelabdruck. Und da macht ihr mal die Arbeit und macht es dadurch. Boah, hey, puh. Husa. Da hockst du, glaube ich, länger dran. Sehr, sehr cool. Und jetzt nochmal in blau. Auch cool mit den Streifen. So schön. Hoffe, dein Tag rockt. Also eine mega Idee. Wirklich ganz klasse. Videoanleitung ab 26.08. auf meinem YouTube-Kanal. Ihr findet die Nadine bei Hängebauchmaul. Und das alles hat sie verwendet. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Also das muss man sich wirklich anschauen, wie das funktioniert. Und was das für eine Arbeit macht mit diesen Schnürsenkeln. Ja, lauf. Cool. Jetzt geht es weiter. Glückspost. Wie mache ich denn das jetzt hier, dass ich da nicht durcheinander komme? Oh, wie süß. Ein Lächeln für dich mit den Smileys. Sehr cool. Auch total passend für Jugendliche. Nochmal die Smileys. Ach, cool. Ab 2.09. auf dem YouTube-Kanal zu finden, wie das funktioniert. Das sind die Materialien. Und so witzig. Das finde ich auch cool. Ein Lächeln für dich. Also eigentlich eine total einfache Kartenidee. So witzig gemacht. So eine coole Idee. Kann man vorgebrauchen, oder? Also das ist eine coole Karte, weil das nicht nur einfach schnell machen kann man die. Und einfach individuell kann man ja auch die Gesichter auch noch ein bisschen anpassen. Und einfach das verwenden, was diejenigen am liebsten zum Beispiel per WhatsApp schicken. Total witzig. So, coole Ideen. Vielen Dank, Nadine. Auch wieder genau. Volle Granat-Chips. Thema erwischt. Die nächsten Karten. Nochmal Glückspost. Oh, die sind jetzt dunkel. Die Waschi-Tipp-Karten. Ja, sehr cool. Alles auch nur in doppelter Ausführung. Also da haben wir richtig viele Karten. Anleitungsvideo dazu am 24.08. Und hier seht ihr die Materialien. Man guckt wieder vorbei bei Hängebauchmaus. Die sind auch so schön. Wow, die gefallen mir richtig gut. Also das ist geprägtes Papier. Hier oben und hier unten. Unten Hallo drauf gestempelt und im Hintergrund die Waschi-Tapes verarbeitet. Und das passt farblich mega gut zusammen. Und es ist einfach eine total schöne Karte. Die finde ich echt cool. Das ist hier so gerissen. Und dann noch mit Punkten versehen. Das sieht richtig schön aus. Und das macht sich gut mit diesem schwarzen Hintergrund. Da sticht es so richtig raus. Ich finde bei der Karte ist es auch total klasse. Also die Farbkombine gefällt mir auch mega gut. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich finde beide so schön. Vielleicht könnte man das noch ohne Schleifchen für den Jungen verwenden. Das ist schon noch ein bisschen mehr für den Mädel. Mega cool, oder? Und man kriegt mal die Waschi-Tapes unter. So eine coole Idee. Voll schön. Und durch das, dass diese oberen Schicht auch noch ein bisschen erhaben aufgeklebt ist, was ich nicht weiß, ob man es erkennt in der Kamera, wirkt es auch noch mehr intensiver. Voll schöne Kartenidee. Super cool. Und es geht noch weiter. Da habe ich schon ein bisschen reingelämpft. Das muss ich schon zugeben. Das fände ich ja auch mega cool. Also, wer kommt denn auf solche Ideen? Kann nur ein kreativer Kopf sein. Einmal die Materialliste und das Anleitungsvideo am 31.08. Bei Hängebauchmaus. Also die Nadine war super fleißig mit Videos drehen. Kennt ihr diese Karten? Diese Schaukelkarten? Ich liebe die. Ich habe da eine mal gebastelt. Ich habe sie jetzt gar nicht hier, sonst hätte ich sie euch auch gezeigt. Aber ich finde, das ist eine mega coole Idee. Ihr habt hier Platz zum Schreiben. Entweder innen, wenn ihr jetzt kein Stempel macht, oder auch hinten. Man muss ja nicht so viel schreiben. Und dann habt ihr hier eine Baseballcup. Nochmal eine. So eine mega Idee. Also eine ganz kleine, aber feine Karte. Wäre auch total cool als Tischdeko. Finde ich Tischgoodies oder Tischkarten mit den Namen drauf. Wäre wann wo sitzt oder so. Wirklich cool. Das ist so eine mega Idee. Meine Güte. Also Nadine, das ist voll dein Thema. Das ist echt cool. Ich finde die alle so mega. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir am besten gefällt. Und hier kommt noch mal was. Boah, das sieht nach ganz viel Arbeit aus. Ja. Die Materialisten ist lang. Die sage ich euch jetzt mal zuerst. Oh, wow, wow. Ich weiß gar nicht. Will ich das Ganze ins Bild? Ja. Ich mache mal nach oben. Video auf ihrem Kanal. Jetzt lasst uns mal gucken, was das Tolle ist. Bäm. Du hast Geburtstag. Und dann kann man das hier so aufstellen. Wow. Ich muss gucken, dass ich... Oh, wann. Was ist das für eine Karte? Also das ist ja mega krass, oder? Also das ist auch noch mit Anleitung zum Basteln. Das ist sehr cool. Und zwar. Hier steht jetzt bitte noch einkleben nach Platzierung des Geldes. Alles Liebe zum Geburtstag. Kein Geld der Welt könnte zeigen, wie lieb ich dich habe. Aber ich schenke es dir trotzdem. Und wenn man das dann verschenkt, dann kann man das hier so aufreißen. Rupsch. Und kann dann hier das Geld herausholen, das man vorher hier reingelegt hat. Und dann hat sie schon sogar die Magneten dahin gearbeitet, dass man dann das einfach mit Magnet quasi befestigt. Da ist jetzt noch so eine Schutzfolie drauf. Die macht man dann weg. Geld rein. Schutzfolie an den Klebestreifen abziehen. Hinkleben. Und dann hat man hier, zack, so ein geheimes Geldfach. Was ist das für eine coole Idee? Wow. Oh Mann. Heute soll es Konfetti fertig regnen. Für das Geburtstagskind. Ein kleines Stinktier. Und sogar noch gepflegt. Wie witzig ist denn das? Also das ist wirklich eine krasse Karte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein kleines Album. Das könnte man auch sogar mit Bildern machen, oder? Könnte man auch mit Bildern gestalten. Also wirklich cool. Und die kann man dann so aufstellen. Sogar mit Fußbällen. Oh, so eine krasse. Das kann man schon gar nicht mal Karte nennen. So ein krasses Gerät. Boah, Nadine. Also wirklich, ich bin total geflasht. Das fällt mir gar nichts mehr ein. Also das sind ja Ideen. Das ist ja der Wahnsinn. Total cool. Alles zusammen. Mega, mega, mega. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So schön. Und jetzt kommt noch mal so ein ganzer Stapel, weil auch die Kado hatte da total viele kreative Ideen dazu. Ihr seht es. Es gibt nämlich noch mal einen ganzen Berg Karten von nur einer einzigen Person. Wahnsinn. So, das ist sehr schön. Vielen Dank für den netten Text in meiner Karte. Stell ich mir gleich zur Seite. Ich fange auch gleich an mit dem kleinen Wichtelchen, glaube ich. Und zwar kommen die ersten beiden Karten, das sind Wichtelgrüße zum Geburtstag. Ganz süß mit dem kleinen Kuvert dazu. Und das sind solche Karten, die man so aufstellen kann. So Zickzack-Karten. Seht ihr das? Also die stellt man dann so vor sich hin und hat dann diese tolle 3D-Wirkung, dass das so nach vorne kommt. Hat hier auch noch Platz für die Grüße. Und kann sich da richtig kreativ austoben. Die Karte nennt sich Double Easel Card. Und das Video findet ihr bei Heckel Schaft Kreativ. Ja, Heckel Schaft Kreativ. Und ich mache mal die Materialliste rein, so. Mega, mega süß. Die kleinen Wichtelchen. Also ich glaube, die haben es der Faro angetan. So schön. Und da hat sie auch voll, also da kann man ja das ganze Rad mit Farben bedienen. Die passen wirklich zu jeder Farbe. Ich habe hier dann auch noch eben die passenden Kuvert dazu gemacht. Das finde ich auch cool. Da gibt es so Klebepads anscheinend, so, äh, die kenne ich selber gar nicht. Wie so Klettkleckse, seht ihr das? Die machen dann das Kuvert so zu. Das finde ich schön. Und hier das Ganze in lila. Amethyst, oder? So schön. Ja, die sind einfach süß. Und die unterschiedlichen Zwerge. Guckst du denn da mal im Fenster rein? Sehr süß. Die nächste Abteilung sind die Stinktiere. Das waren jetzt die Zwerge, jetzt kommen die Stinktiere. Und das ist auch so süß. Das ist aus diesem Kartenset. Und da steht, wenn dir mal alles stinkt, melde dich einfach. Ist dir vielleicht stinklangweilig? Ich finde das total cool. Das ist auch richtig süß. Einfach immer das zu seiner Freundin schickt. Als junges Mädel melde dich einfach. Finde ich voll süß. Ja, die kann man richtig schön kolorieren auch. Also total süß mit den kleinen Stinktieren. Und das geht auch weiter mit dem Stinktieren. Und das fände ich auch eine mega coole Idee. Weißt du, dass du echt duftig bist? Und da hat sie jetzt hier diese Glücksflaschen. Ne, die Flaschenpost. Hat sie hier die Flaschenpost eingearbeitet. Und hat da ein rosanes und ein blaues Parfüm drauf gemacht. Als Shaker Card. Total coole Idee, finde ich. Und da mit dem Stinktieren noch drauf. Das passt einfach perfekt. Und dann können wir hier, wenn man das aufmacht, noch einen Rutschein einbauen. Für eine Drogerie zum Beispiel. Finde ich eine super coole Idee. So schön. Und das ist echt cool. Dann eben für Mädels und für Jungs. Ein Parfüm. Fetzig, oder? Also da muss ich erst mal drauf kommen. Parfüm. Dass man das aus der Flasche macht. Also es ist einfach, hier steht eben Duft drauf. Oder ich glaube, das ist eigentlich eine Weinflasche. Das ist eine coole Idee. Und dann eben mit zwei Stinktieren. Und auch das Shaker Card. Schön. Sehr süß. Du bist einfach cool. Mit ganz viel Liebe handgemacht von der Kauru. Auch hier gibt es ein Video bei Heckelschaft Kreativ. Schaker Card weißt du, dass du echt Dufte bist. Demnächst steht da dann. Sehr cool. Das sind die Materialien, die sie benutzt hat. Also, und hier sogar die Stinktiere noch mit, ich würde sagen, das ist im Borst, oder? Hier oben, das mit so Zacken. Muss man dann gucken im Anleitungsvideo, wie das gemacht ist. Sogar mit Wimpern. Sogar mit Wimpern. Ich finde es. Sogar mit Wimpern. Sogar mit Wimpern. Sogar mit Wimpern. Sogar mit Wimpern. die kleinen Elemente gemacht und ein paar große Glitzersteine so ein Traumfänger gebastelt. Das muss einem auch erst mal einfangen. Finde ich auch eine mega coole Idee. Gibt es auch ein Video dazu und das sind die Materialien, die sie verwendet hat. Voll schön. Cool Karte. Für Jugendliche ganz besonders cool. Ich finde es passt auch wieder volle Kanne. Und dann geht es noch weiter. Auch die Mäuse ist auch süß. Eine Mäusekarte. Schaut ja direkt nach Mädel aus. Und zwar Eiscreme. Fragt nicht, Eiscreme versteht. Ich habe diesen Spruch erst gelesen mit Bier. Bier fragt nicht, Bier versteht, muss ich sagen. Das fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein. Sehr witzig. Mit Eiscreme. Cool. Hier im Hintergrund hat sie geprägt. Wobei ich auch glaube, dass das auch aus diesem Kartensit sein könnte, weil die Maus, die sieht auch schon koloriert aus. Ich glaube nicht, dass er das selber gemacht hat. Das müsste aus dem Kartensit sein. Und wahrscheinlich ist der Hintergrund da schon vorbereitet. Aber das ist ganz witzig geprägt noch im Hintergrund und die Elemente dazu. Das Set, das habe ich noch nicht. Ich hatte es erst gesehen, dass da ein neues Set da ist. Jetzt muss ich mir mal anschauen, was da alles drinnen ist. Passt auf jeden Fall super für Jugendliche. Und jetzt habe ich noch zwei coole Karten. Bin gespannt. Ich glaube, ich muss mit der anfangen. Das ist auch mega. Wir haben schon geredet. Wir haben gesagt, Gott sei Dank, dass die nicht ausgelaufen ist. Denn die hat hier eine Flüssigkeit drin. Die zeige ich euch gleich ganz nah. Noch ein schönes Courier dazu mit den Erdbärchen. So schön. Auf ein neues Jahr. Mit einer Erdbohle. Gerade für die Sommerkinder, die im Juni Geburtstag kamen zum Beispiel. Die können ja super eine Erdbohle machen am Geburtstag. Und da sind so diese Perlen. Denn das schaut so cool aus. Ich hoffe, dass die Kamera alles einfangen kann. Wow, das ist schon mega cool, oder? Das ist eine tolle Idee. Sieht mega gut aus. Also da will man gleich direkt loslegen. Gibt es auch ein YouTube Video und das ist das Material dazu. Sehr cool. Wunderschöne Karte. Mutig zum Verschicken. Also packt es immer auf jeden Fall in Schutzfolie ein, damit da ja nichts ausläuft. Aber ist dicht. Schaut sehr gut aus. Und auch witzig mit dem Strohhalm. Der muss ja von vorne nach hinten durchgehen. Präzise Maßarbeit. Und der Erdbär hat das ausgeschnitten. Da steckt auch wieder viel Arbeit drin. Coole Kartenidee. Und jetzt die letzte Karte, glaube ich, von der Caro. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Bei mir sieht es ganz schön wild aus. Zusammen ist alles schöner. Also Caro hat sogar für jede Karte wirklich noch ein Kuvert dazu gemacht. Voll viel Arbeit. Oh, das ist ein Eiskutschein. Da hat man schon gleich direkt Lust auf ein Eis. Ach, wie cool. Oh ja. Das ist ja, oh Gott, das ist ja wieder eine hammermäßige Karte, oder? Also, das ist eine... Oh Gott, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Ich hänge gerade irgendwo hier. Du bist einfach... Cool. Seht ihr die Botschaft, die sich da auftut? Also das ist eine Wasserfallkarte mit drei... Wasserfällen, kann man sagen. Oder drei Eiskugeln. Oh, das ist ja echt eine Mega-Idee. Okay. Hat ein großes Format, also kriegt man unter. Witzig mit dem Stempelspruch da drinnen. Und dann Eiskutschein. Eiskrim fragt nicht, Eiskrim versteht. Einfach versteht. Mit dem Eis außenrum versüßt ihr jeden Moment. Besser kann es auch gar nicht sein, oder? Also auch wieder eine Mega-Idee. Du bist einfach cool. Passt genau für alle Jugendlichen. Zeit für eine Eiszeit. Dann Gutschein rein und ab durch die Mitte. Cool. Also das ist das Material. Und da gibt es auch ein Video auf YouTube. Also Mega-Karten, alle zusammen. Wunderschön. Voll krass. Ich weiß gar nicht, das ist ja ein Riesenstapel Karten. Ich kriege die gar nicht alle ins Bild. Und so viel Arbeit, die ihr euch da gemacht habt. Also vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für eure wahnsinnige Mühe. Und gerade zu diesem schwierigen Thema. Und so viele Inspirationen. Hey, das ist der Wahnsinn. Echt mega cool. Und vielen, vielen Dank an euch alle fürs Mitmachen. Ich glaube, das ist echt auch was, wo die Zuschauer sehr viel profitieren können, weil sie so viele unterschiedliche Ideen bekommen. Und wo man einfach selber oft nicht draufkommt. Also ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass ich einen Wasserfall mit drei Eistüten mache. Vielen, vielen Dank, liebe Caro und alle, die mitgemacht haben für diese tollen Karteninspirationen. So, und eine Kartenidee habe ich noch. Und zwar ist die von mir selber. Die ist gestern zufällig beim Online-Team-Treffen entstanden. Und zwar, finde ich, kann man die auch ganz gut für Jugendliche machen. Gerade für Mädels, die einfach auch die Schildkröten so süß finden wie ich. Genau. Also ich finde, es ist einfach eine süße Karte. Vielleicht auch, wenn man meinen Geburtstag vergessen hat, kann man nachträglich noch mit der kleinen Schildkröte ankommen und sagen, ich bin halt langsam, aber ich habe es nicht vergessen. Und die Karte ist nach einem Sketch entstanden. Wir haben nach einem Sketch gebastelt. Und die hatte hier oben so Fähnchen. Und ich habe das einfach ein bisschen abgewandelt und einfach so gemacht, wie mir das so eingefallen ist. Ich habe hier im Hintergrund das ausgeschnitten, dass die Grundkarte wieder durchschaut. Und habe dann hier oben anstatt Fähnchen diese Stanzteile hingemacht. Mit einem kleinen Farbplex noch hinterlegt. Und hier an der Seite eben auch diese Stanztelemente. Und eben auch in den Hintergrund von diesem Kreis. Ich hoffe, das sieht man. Mit einem kleinen Schleifchen. Man kann hier vorne auch noch einen guten Spruch unterkriegen. Ich habe jetzt innen rein, das muss gefeiert werden, gemacht. Aber ich könnte mir das super vorstellen als Geburtstagskarte, die man noch nachträglich so verschickt mit der kleinen Schildkröte. Die finde ich einfach so süß. Also vielleicht auch noch eine kleine Inspiration für euch als Karte für Jugendliche. Genau. Noch ein kurzer Einschub in das Video. Jetzt geht es weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Kreativiert was Neues. Bleibt kreativ. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020